Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Watch Dogs, wo wir jetzt diesen schönen Flitzer klauen. Aber wir werden erstmal vorher unseren Wegpunkt setzen. Obwohl auf dem Weg können wir noch CTOS-Alarm ist, potenzielles Verbrechen erkannt. Ah, da können wir eben kurz noch hin. Komm ich da durch? Anscheinend. Äh, die reale Welt ist nicht besonders stabil. Ja, genau so. Ich will auch genau so über die Ampel fahren. Warum war denn da einer rot markiert? Wahrscheinlich war es ein Verbrechen, was jetzt unterwegs passiert ist. Ich gebe einfach Vollgas, sobald die Ampel grün ist. So, dann gucken wir mal, was das für ein potenzielles Verbrechen ist. Es liegt auf dem Weg, deshalb machen wir es eben mit. Hm, kauft regelmäßig Textspielzeuge online. Genau, der schubst hier Müll um. Highschool-Lehrer. Lädt illegal Bücher runter. Er guckt erstmal. Hey, Lucky Quinn lässt dir etwas ausrichten. Oh Gott, nein! Hilfe! Stirb, du Sau! Verschwinde von hier! Ich komme schon allein zurecht. Scheiße. Ah, Gott sei Dank! Ich hätte ihn einfach erschießen müssen. Aber den letzten konnten die auch so fangen. Jetzt frage ich mich, an welcher Stelle der den Checkpoint macht. Ist das derselbe? Ja. Wie von gerade? Nee, oder? Naja, unglaublich. Ich bin seit zwei Stunden im Spiel und ich höre schon alles doppelt. Manchmal hat das Spiel zu viel Tempo für so einen alten Sack wie mich. Bin auch schon 30. Guck mal, für mich ist das kein Problem. Wui! Au! Mein Gesicht, das tut so weh. Toll, ich muss da unten hin irgendwo. Oh, das ist doch jetzt eine andere Aufgabe. So, Bauleiter. Sind wir denn hier im Sperrgebiet? Nee, oder? Kann doch nicht sein. Dann ist es eine Schwachstelle. Ach, gegenüber da auf dem Pier muss ich. Also kann ich sogar Schiff fahren. Oh! Nicht verfügbar? Och, schade. Ich hatte mich gefreut. Guck mal, ohne Gas zu geben. Wechsel ich mal eben hier, äh, die Ebene. Hm, na, normale Menschen können auch nicht so aussteigen. Die müssen halt erstmal ins Wasser springen. Okay. Ja, aber was ist das? Ja, aber was ist das? Da kommt der... Attentäter. Okay. Ich seh da keine Kamera. Okay. 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 Oh nein. Hey, Freundchen. Hier ist etwas von Lucky Quinn für dich. Nein! Nicht ins Gesicht! Du Mist, ich dachte... Hab ich dich schon. Nimm auch mal die Waffe weg. Oh mein Gott! Zeigt sich opatschische Tendenzen. Verbrecher neutralisiert, Opfer unverletzt. Tja, bin schon ein Tier. Ach, wo wir grad schon am Geldautomaten sind, können wir mal wenigstens bisschen was abholen. Manchmal klappt's auch auf Anhieb einfach. So, aber jetzt gehen wir weiter mit der Mission. Moment, ich glaub, das ist der Alarm, den ich vorhin verkackt hab. Aber wie man sieht, Hacker haben anscheinend keine Geldsorgen. Sind einfach reich. Unendlich Geld, unendlich Möglichkeiten. Du hättest nur Hacken lernen müssen. Da hast du so schnell einen Tag gespielt, ey, schon hast du 10.000 Dollar. Was bist du denn für einer? Taschendieb, ne? Verbrecher neutralisiert. Ich frag mich aber gerade, was er getan hat. Er wird einfach als Verbrecher selektiert. Man kann den ganzen Tag hier rumhängen, oder? Mein Gott, wenn ich die ganze Strecke noch fahre. Da bin ich ja morgen noch nicht hier. Holen wir uns mal lieber ein Auto. Ach, die kosten mir auch noch Geld. Teilweise. Bin ich kein, äh, normalen nehmen. Komm, nehmen wir den Kigan ADW. Du kannst deine Karre abholen. Genau, und ich muss erstmal ein kleines Stück zurücklaufen. Oh, volles Bankkonto. Komm schon, du weißt, dass sie es nicht war. Aber wie sollen wir das beweisen? Ihr Wort steht gegen sein, und sie ist vor der Straße. Aber doch nur wegen ihm. D, 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 D. Überspreche die Musik. Denn sonst kommt die GEMA und macht das Spiel fällig. Weißt du was? Ich hab Freunde in Iowa. Ganz fiese Nummer. So, raus hier. Genau, es ist genau die Ecke. Also sind das immer wieder dieselben. Und man hat halt dann die Chance, das, äh, zu schaffen oder nicht. Aber es kommen einfach Leute, die die Leute, also Leute, die die Leute erpressen wollen. Warum bist du nicht abgehauen, hä? Nein, 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 du hast den falschen erwischt. Nein, sei einfach still. Bleib weg, Arschloch. So. Oh, ich hab zuerst getötet! Oh, ich muss aus dem Scan-Bereich raus. Sonst haben die mich gleich. Scheiße. Ich wollte doch gar nichts Böses. Lasst mich in Ruhe. Ich glaube, ein Polizeibagen haben wir ausgeschaltet. So, wir können hier rüber. Kannste knicken. Wir haben den Verdächtigen verloren. Wir haben den Verdächtigen verloren. Vor allem keine Chance, dass er uns entkommt. Ah, wir haben den Verdächtigen verloren. Verdammt. So, Polizeifloch hat mir wieder ein bisschen XP gebracht. Jetzt aber. Die Chicago Police sucht nach den Leuten hinter dem heutigen fehlgeschlagenen Datenraub. Ein namentlich nicht genannter Beamter sagte, die Verantwortlichen müssten sich warm anziehen. Und mein Fahndungslevel geht nicht weg. Das geht wahrscheinlich nur weg, wenn ich... Oh, ein Gang verstecken, ey, ey. Das könnte ja mal knicken direkt. Wenn ich schlafen gehe bestimmt, dann kann ich, ähm... Das stilllegen. Beziehungsweise mein Fahndungslevel reduzieren. Ach, was für eine 18-Jahre. Also das ist so eine typische hier 18-Jahre-Karre, ey. Guck dir das mal an. Der ist dann auch so beklebt. Kann nur so ein Prolet gehören, so ein Klein. So. Danke. Noch ein Verbrecher-Konvoi. Ne, danke. Gerade nicht. Ich will meine Mission weiterführen. Ihr wollt ja auch gerne wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, ich nehme den schönen Schlitten da, oder? Zum Teufel. Ein Fixer? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Hm. Dann finde ich ihn besser auch. Geordys Job wird warten müssen. Aha. Finden Sie 2X The Tap. Ich will das gar nicht. Nein, Herr. Genau, gib mir mal Geld. Sieht eigentlich aus, als wenn ich WhatsApp benutze und nicht, als wenn ich irgendwas hacken würde am Geldautomaten. So, auf los geht's los. Ja. Oh, es gibt ja auch eine Cockpit-Sicht. Online-Hacking gehackt werden. Ein reversierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von Ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt. Er könnte über ihn, unter Ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Scheiße, er will sich reinhecken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Hey, hey, ich rede mal mit denen, du Laberkasche, hör zu. Entschuldige. Was, die Fertigung? Ja, 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 genau. Ich hab schon 5000 gewonnen, aber ich brauche deine Hilfe bei dieser Frage. Okay? Ah, bist du bereit? Äh. Er hat das Suchgebiet eingegrenzt. Komm schon, Evi. Finde ihn schnell. Okay. Das muss hier im Bereich sein, ne? Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich meinte ja nur, dass es nicht super war. Da bist du. Du gehörst mir. Töten? Ab ihn. Ein Fixer weniger. Wie viele von denen gibt es denn noch? Wie viele? Das war der erste, den ich erwischt habe. Auf Feuer! Aha, da halte ich sogar Zugang zu neuen Fähigkeiten, wenn ich Fixer ausschalte. Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Na, aber es geht ab. Online-Aufträge-App. Die Online-Aktivitäten von Fixern in Chicago zum Beispiel. Die Invasionsmissionen Hacking und Beschattung. Rennen und Entschlüsselungsaufträge freispielen. Online. CETOS Mobilaufträge. Aha. Entweder über mein App starten. Oder über die Übersichtskarte. Mhm. Online-Rennen. Keine Verbindung zum Raster. Ich würde gerne einen von denen erledigen. Aber das muss warten. Genau, du hast jetzt noch eine Mission zu erfüllen. Zeugenanruf haben wir auch schon drüber gesprochen. Und da war ich auch schon wieder weg. Wir haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Komm weg, weg, weg. An alle Einheiten, die die OS-CN erfolgreich. Ach, scheiße. Ich brauche es. Ja, klar, braucht drin. Dafür bin ich ja hier. Hast du Besuchung zum Bezahlen? Ja, ja. Denkst du mich an? Letztes Mal was nicht genug. Nein, diesmal kann ich bezahlen. Alles? Ja, das Verstackung wäre ich keine schlechte Idee. Ich will ein Auto. Nö, schnappst du nicht, bin weg. Nein, schick nicht mehr Leute. Schießt du auf mich. Denkst du? Stehen bleiben. Ich hab Probleme. Alter. Ich klopfe mal an. Klopfe nicht an. Ich brauche eine Brücke. Irgendwie bin ich nur am Fliegen von der Polizei. Ich habe diese Folge noch nicht geschafft, was ich schaffen wollte. Außer einen Fixer zu fangen. Nein, ran da. Okay, da oben wäre die Highway auffahrt. So, ein Polizist ausgeschaltet. So, du kannst da gerne an der Seite rumfahren. Ich fahre hier lang. Ob ich die Brücke auch hacken kann? Ich bin hier mit dem OS nicht verbunden. Man kann hier nichts hacken dann, oder was? Boah, kenne ich hier einfach nur nichts. Ah, nee, ich kenne hier einfach nichts, ne? Oh, sehr schön. Und schnell weg. Wo versteckt sich der Kerl? Seht ihr noch? Ach, scheiße, weg. Tja, so ist das. Und raus. Bam! Wagenbestell ist auf jeden Fall sicherer. Als einfach einzuklauen. Es ist nicht so GTA-like. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemand, der irgendwo hinbringt. Machen wir beim nächsten Mal. Aber bestimmt kein türischer Taxi-Service. Wenn es, äh, wieder heißt, den Cops auszuweichen. Let's play Watch Dogs. Bis dann, euer Doc. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020